Zu Demonstrationszwecken verwende ich nur eine Folie. Aber die Funktion, die Sie gleich kennenlernen, ersetzt einen einzigen Buchstaben genauso schnell wie die 1000 Seiten der Erstausgabe von Buddenbrooks. So geht's. Klicken Sie im Register Start auf das kleine Pfeilchen rechts vom Symbol Ersetzen und wählen Sie Schriftarten ersetzen. Die obere Liste enthält alle Schriftarten, die sich in der aktuellen Präsentation tummeln. Sie sollen jetzt ersetzt werden. Wodurch? Durch die Schriftart, die Sie in der unteren Liste wählen. Jetzt klicken Sie auf Ersetzen. Fertig. Und weiter geht's. Nächste zu ersetzende Schriftart wählen und Ersetzen anklicken.